Ich bin mit meinem weißen Maler-Latz ins Stadion gefahren, hatte natürlich einen Rucksack mit dabei mit meinen Fußballschuhen und Schienballschützern und wie gesagt, da war unter anderem Tommi Reichenberger, der sich natürlich für den Erstsiegervertrag empfehlen wollte und da sieht er mich. Maler-Latz, Glatze, Piercing, Ohrring, ich glaube 97,98 Kilo zu dem Zeitpunkt, ich weiße Schuhe, Champions-League-Stadion im Planjahr.